Die haben einfach super viele Kapazitäten, die sie einfach mal kurzfristig einfach mal ausrollen können. Das ist so ein bisschen Versagen von Lokalregierungen. Die Geschichten, die ich so aus Shanghai gehört habe, waren halt irgendwie krasse Lockdowns. Leute wurden die Türen zugeklebt und wenn das Label durchgerissen war, dann sind die in Haft gekommen oder so. Das hatte die aber in Shenzhen, das was auf der anderen Seite von Hongkong liegt, nicht. Nee, bei uns war das gar nicht so. Also da gibt es dann die großen News dann drüber, also Shanghai, Guangzhou. Die haben keine Werkzeuge an die Hand bekommen, wie oder was sie tun sollen, sondern einfach nur die Vorgabe, was sie erfüllen sollen. Es ist teilweise in China auch wirklich schwierig zu verfolgen, weil wenn dann irgendwas so ein bisschen viral geht über Netzwerke, also vor allem halt WeChat, dann wird das ja super schnell geblockt und rausgelöscht. Ist das so? Das ist so. Ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Heute ist bei mir Conny. Conny hat die letzten Jahre in China gelebt und lebt auch immer noch in China und es ist das erste Mal seit Corona wieder in Deutschland. Das heißt, er hat den kompletten Lockdown, alle Maßnahmen live von da drüben miterlebt und es war ganz anders, als ich ehrlich gesagt gedacht hätte. Diesen Podcast gibt es ausnahmsweise nicht auf YouTube, sondern nur auf Spotify und allen, also Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, weil wir so viele verbotene YouTube-Wörder sagen, wie zum Beispiel Impfung, Corona und so weiter, dass das Video da wahrscheinlich sowieso gesperrt oder downgerankt werden würde. Von daher viel Spaß mit Conny und einer echt authentischen chinesischen Erfahrung. Viel Spaß. Wie lange bist du schon in China? Ja, ziemlich genau fünf Jahre. Fünf Jahre, das heißt vor, ach genau, wir müssen das dann noch dazu sagen. Wenn man, bei YouTube wird man relativ schnell geblockt oder werden Videos nicht geblockt, sondern an der Auslieferung gehindert und kriegen einfach wesentlich weniger Views, wenn man bestimmte Worte sagt, so wie Bratwurst, Bratwurst, Bratwurst und dann ist man sozusagen im YouTube-Gefängnis. Deswegen müssen wir versuchen, diese Worte etwas zu umschreiben. Okay. Wenn das doch mal passiert, ist es nicht schlimm, wir biepen das mittlerweile einfach raus mit dem Kommentar, warum wir das rausbiepen, aber nur, dass du Bescheid weißt. Ja, okay. Ja, oder vielleicht einfach ein Synonym benutzen. Ja, könnte man machen. Wenn du das kannst, hast du einen Vorschlag, wie das Synonym aussehen sollte? Äh, nee, also du bist doch eigentlich der kreative Kopf. Ich habe neulich mal ein Video gesehen, da hieß die Impfung die Bratwurst. Und die haben das quasi so verglichen, dass Impfen war ein großes Thema hier in Deutschland. Ja. Ich habe neulich mal ein Video gesehen.